Freihaltjahr! Und noch lauter Trommel hin da unten. Freihaltjahr! 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 Ja, das klappt schon mal ganz gut. Das Plakat ist nämlich falsch rum. Und wir wissen ja auch alle, was alles dafür ein Dreck ist. Das ist ein Beckboot. Und deswegen... Weg, weg, weg! Weg, weg, weg! Weg, weg, weg! Das ist mir auch noch viel zu leise. Da müssen jetzt mal alle mitschreien. Und jetzt mal alle über den eigenen Schatten springen und einfach mal ein bisschen rumbrüllen hier. Ich mach mich nicht schon zum Affen. Ich steh hier ganz oben und brülle hier unten. Dann kann jeder es in der Hand nehmen. Dann kann man auch in der Becke. Weg, weg, weg! 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 Ihr hinter mir erzählen, dass ihr gar nicht hören würdet, was ihr gebrüllt. Dass ihr alle nur leuchtet im Sack hättet. Und das würde ich mir ja hier nicht erzählen lassen. Was brüllen hier? Weg, weg, weg! Weg, weg! Weg, weg, weg! Weg, weg, weg! Und die beiden sagen, dass sie doch egal müssen, das geht gar nicht. Weg, weg, weg! Weg, weg, weg! Mit dem Abgetrag! Ja, sehr gut gescheitert. Sehr schön. Hüpfen! Hüpfen! Der Film ist kalt, ja, keine sehr wahrnahme. Konzeption!